Hallo zusammen, hier bei TonyTV. Ich bin Level 98 und das heisst es gibt ein neue Video von meiner Base. Ich habe da schon mal zwei Truppen vorbereitet, weil ich momentan noch am Upgrade bin. Es sind noch zwei X-Bogen und Königinnen und den habe ich auch noch gemacht. Ja, aber jetzt habe ich hier keinen Arbeiter, also den Arbeiter kann ich nicht einmal verbrauchen, weil es ist langsam alles so richtig teuer, dass ich es gar nicht mehr einsetzen kann, nur noch für Mauern. Da habe ich auch noch ein bisschen weiter gemacht. Und ja, wir greifen heute zweimal an. Was sagen wir? Wir machen gerade jetzt einmal, aber das von der Kleinburg-Lorne, ich greife ohne Kleinburg an. Das ist meine Verteidigung, falls mein Dorf angegriffen wird. Und mein Ziel ist, so schnell wie möglich auf sieben Millionen zu kommen. Ich denke, da kann ich das Rathaus aufs Elfie machen. Da wird nämlich langsam schon Zeit. Und ja. Dann würde ich auch gerade zeigen. Fangen wir mal gerade an. Ah, und da vorne. Da habe ich jetzt den noch gemacht. Da spare ich jetzt 3,8 Millionen. Und dann mache ich den noch. Und dann habe ich da eben noch so einen krassen Mörser, der recht gut ist für die... Ähm, für die jeder da... Ja, dann suchen wir uns gerade mal einen raus, der ein bisschen viel Beute hat. Der wäre gar nicht mehr so schlecht. Aber ich habe meine Königin nicht dabei. Ist ein bisschen blöd. Aber gehen wir machen das. Ich habe mir so einen pegschischen Abkontakt. Da sehe ich das Z Aviation. Das ist ganz geil. Da ist eine links und eine meiner rechts. Da ist gerade sehr gut. Ja, cool. Ich habe die Kürn, ich habe die Kürn, ich habe die Kürn. So, so komplexer. Herzlichen Glückwunsch schon 7 Millionen, dann werde ich heute halbwegs schon das Radhaus upgraden, weil es gerade noch recht lang ist, dass es noch nicht fertig ist. Ich schätze jetzt rund 14, 15 oder 16 Tage, wenn ich es jetzt noch mal drüben muss. Aber der hat sich schon gelohnt. Ja, dann lasse ich den Arbeiten auf weiteres einfach ohne Job, der hat Ferien momentan. Oh, was soll ich nehmen, glaube ich, gerade der da und schaue mal, was so abgeht. Gut. Guck. Guck. Das war's. 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 Und so. Das war's. Das war's. Das war's.